Ich höre es nicht von deinem Wunschlichen, Mann. Ach, das Wunsch schwebt jetzt noch, ne? Wer war es, der dich verraten hat? Von wem schweißt du? Danny Jones. Der dich verraten hat? Der dich verraten hat? Aber im Planeten, die Zäune bekriegen, die sich anmaßen, nicht beherrschen zu wollen. Oder mich? Amen. Amen. Das war aber nicht sehr hilfreich. Was sollen wir jetzt tun? Gar nichts. Gar nichts. Unsere letzte Hoffnung hat uns verlassen. Es ist noch nicht vorbei. Listerin bekämpft bis zu 97% der nach dem Zinnenputzen verbleibenden Bakterien. Für einen 100% frischen Mund. Kein Wunder, dass Listerinverbände 100% geben. Selbst als Zauberlehrling oder als Tanzbär. Bekännte Bakterien für einen 100% frischen Mund. Listerin sei bereit für alles. Heimvorteil zum Schulstart. Jetzt alles für einen echt guten Start ins neue Schuljahr. Zu unserem bekannt günstigen Kreis. Da ist noch viel mehr. Ist Ihr Heimvorteil nur bei Lidl Österreich. und dann alles für einen. Mein Pferdeschrank zeigt, ob mein Haar zu platt ist. Neue Dimensionen für dein Haar. Pantene Volumen pur mit Probeformel. Für zweimal mehr Volumen und Kraft. Endlich wieder Weg.de. Jetzt buchen und bis zu 50% Lastminute Rabatt sichern. Ich bin Weg.de. Schau. Wie lange geht denn der Ding? Ne? Ne? Das Etwas ist der 16 Teil des Vorlierseimer. Und das was nie los. Die Wetter seit die Wüste als Niesbette. Oh, das hätte die Band haben, dass Hüfte nichts tun kann. Und weiter geht's. Sehr schön. Wir haben wieder eine. Ach du Depp. Gehst rauf und gehst wieder oben. Ich bin mir nicht sicher, wie schon alles hart. Und dann gucken wir noch mal. Haben wir hier so weit alles geholt. Ja, schaut so aus, dass immer alles kalt ist. Junge, du musst wieder nach unten, damit du da hoch kannst. Okay. Ist da unten was? Hier ist noch eine Sakkasse. Warte mal, bist du das schon rausgebracht? Warte, bist du das... Äh, Joel? Und bis jetzt ein Atakt sein was? Oh mein Gott. Vorsichtig. Oh mein Gott. Die Leute sind hier schon gedrängt. Hier haben wir uns wieder. Wir müssen hier nicht malirausiteln sehen. Na ja, ich werde nicht richtig sehen. Geh mir weiter! m herr so ich weiß nicht mehr ich sagte mal wie es abläuft wenn er nie wieder test niemals es ist besser wir behalten unsere geschichten für uns zweitens erzählen niemanden von deinem zustand man wird dich für verrückt halten oder töten und drittens du tust was ich sage wenn ich es sage alles klar wiederhol es was du sagst zählt gut da ist eine stadt ein paar meilen nördlich ein typ dort schuldet mir was dann sein dass er ein auto für uns hat was geht los gehen wir Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Der ist halt. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Oder? Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Oh, hey Kleiner. Ja. 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 Ich wäre schwer. Dass das du den Club spacef늘 logischen Sie, wie ist ich würde? Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich... Ich musste das einfach tun. Mist. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na ja.